Scheint hat... Ja, und die sind da im Regen, Alter, ja? Halt immer so! Ja, ey, ey, ey! Ja, bitte! Ja, bitte! Ja, bitte! Was ist denn hier los? Hey, hey, hey! Handy weg! Mach dich! Alles gut bei euch? Ja! Ich bin euer Musiklehrer. Das heißt, wir werden Musik machen. Musik ist gut, okay? Hat man viel Spaß? Wer hat Bock auf Musik machen? Wer hat Bock auf Scheiße bauen? Ich! Scheiße bauen ist nicht gut. Wir machen ein Lied, das heißt International, okay? Das ist für Frieden, gegen Gewalt und gegen Mogging. Alle, die mitmachen wollen Hände hoch. Wer war das von euch? Wer war das? 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 Wenn du doch so stark bist und hinter meinem Rücken mit Papier schmeißen kannst, dann kannst du doch so gut bestimmt rappen. Oder findest du nicht? Steh mal auf. Komm. Mich schmeißen. Stell dich mal zu mir hin. Ich werde jetzt ein Lied für dich anmachen und dann wirst du einfach rappen. Okay? Du wirst einfach drauf rappen. Okay. Gut. Aber jetzt werden wir das ja sehen, was du ja so drauf hast. Mein Name ist FK und kaum aus Türkei. Aufgewachsen deutschland, hier fühl ich mich frei. Ich geh lieber an dich raus, um Scheiße zu buchen. Bleibe lieber zu Hause und schreibe meine Hausaufgaben auf. Ich weiß, soweit ist keine Lösung. Wir bleiben stark, denn wir sind die Kinder der Zukunft. Wir lassen die Finger von Drogen, pass lieber in der Schule auf und schreib noch gute Noten. Ich verbessere mich und ich schreib auch gute Noten. Deswegen sitze ich hier, ich schreibe diese Stufen. Hallo, mein Name ist Nino. Ich bin ein Serbe, wohne in Deutschland und schreibe diese Verse. Eines Tages greif ich hoch zu den Sternen. Mein Traum ist es einmal Banker zu werden. Gewalt bringt keinen an seinem Ziel. Hört auf eure Eltern und bleibt real. Ich bin für Frieden und Freiheit, denn ich bin mein eigener Held. Mich kann man nicht manipulieren oder kaufen mit Geld. Salam, mein Name ist Chantal. Komm aus Prostina, meine Stimme für das Land für die Palästina. Mensch ist Mensch, egal welcher Haul, aber gibt Rassismus keine Chance. Es fühlt sich an, als versinken wir im Treibstand. Doch immer noch bleibt die Seelen in unserem Herzen einsam. Mobbing ist etwas, was man nicht unterstützen darf. Ich bin gegen Mobbing, das ist mein eigener Paragraf. Komm schwarz oder weiß, Moslem oder Christ. Wir sind alle international oder nicht. Kinder der Zukunft, wir sehen uns auch noch nicht. Weiß euch die Hand, sonst bewegen wir nicht. Komm schwarz oder weiß, Moslem oder Christ. Wir sind alle international oder nicht. Kinder der Zukunft, wir sehen uns auch noch nicht. Weiß euch die Hand, sonst bewegen wir nicht. Salam, ich bin Hisra, komme aus TK. Ich seh im Fernsehen Gewalt und Ballerei, ob Kopftuch oder nicht. Am Ende, was zählt, ist mein wahres Gesicht, ob Moslem oder Christ. Wir sind alle einzeln Kinder für den Friedenspreis. Ihr Brassismus kennt die Stimme. Frieden für alle Länder, in diesem Sinne. Salam, mein Name ist Mona. Ich bin Marokkanerin und ich möchte jetzt was sagen. Gerechtigkeit und Frieden sollte an äusser Stelle sein. Eine Politiker, warum seid ihr so gemein? Mensch ist Mensch, ob schwarz oder weiß. Wir sind alles Gottes Kinder, denn wir sind alle gleich. Sag mir, was Frieden für Scheiß. In Schaller hört der Krieg bald überall auf. Die Menschen, denen es sich gut geht, fordert und mehr Blut fließt. Hallo, ich heiße Naomi, komme aus Wesel und meine Herkunft ist ein Rätsel. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso gibt es Krieg auf dieser Welt? Wir sehen Kinder hungern, was uns schwerfällt zu sehen. Doch Mama gibt mir Kraft und Segen weiterzugehen. Jede Träne, die wir verlieren, ist eine Träne zu viel. Doch Politiker machen Krieg, als wäre es ein Spiel. Wir sind alle international oder nicht. Kinder der Zukunft, wir sehen uns viere und nicht. Reicht euch die Hand, sonst bewegn dir Licht... From Schwarz oder Weiß, MosDem oder Chris. Wir sind alle international oder nicht. Kinder der Zukunft, wir sehen uns sacrifice oder nicht. Bleibt euch die Hand, sonst bewegt ihr Licht Und schwarz oder weiß, Mosel oder Christ